hallo leute wie geht's wir drehen jetzt ein video wie schläfst du im freien das ist kunst gute nacht freunde coupons ohne sie zu benutzen meine sind immer abgelaufen wenn ich die nutzen will und bei euch schreibt das mal in die kommentare tampons und coupons hast sommersprossen lieber von einem bär oder einen schwarm bienen attackiert werden am besten von duggie bees oder zählst du deine schritte beim gehen wachte 1 2 3 und 5 und 5 15 normal lachst du immer auf fotos tanzt auch wenn keine musik läuft welche größe hat ein bett riesig so wie das ganze fällt wer ist besser thomas gottschalk oder markus lanz manuel neue kassel nike oder adidas konvers wen würdest du gerne auf ein konzert mal sehen das wäre vollbeat was war dein letztes konzert das war das konzert von den broilers kannst du gut schwimmen ganz akzeptabel welche filme kannst du immer gucken ohne dass dir langweilig wird das sind pornos und horrorfilme lieblings essen steaks hast du jemals in den wald gepisst singst du im auto ja ich singe immer im auto und singst du unter der dusche ja auch in der dusche singe ich tanzt du im auto nein das wäre nicht so gut denn da könnte man unfälle bauen singst du den wald gepisst singst du den wald gepisst singst du den wald gepist-speichens